So, ich bin jetzt beim Karsten im Blaufach und wir fahren jetzt ein bisschen durch den Spessart. Sag doch mal Hallo! Hallo! Dass man mit den Kaputten, mit denen ich schon fahren werde. Das ist kaputt, der hält gerade die Kamera. Können wir jetzt endlich spielen? Komm! Komm! Ey! Sag mal! Schnell! Oh no! Was ist passiert? Das finde ich gut, wenn du den Sattel runter machen kannst. Da kannst du einfach ganz schnell absteigen, ohne dass du auf die Fresse fliegst. Ein Bodensohre machen. Ja! 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 Ich schaff da. Untertitelung. BR 2018 Wir haben jetzt gerade eine kleine Pause gemacht und haben Pommes gegessen. Und ich glaube, es war keine gute Idee. Wir sind jetzt hier gerade die ganze Zeit im Backhofer und ich komme einfach nicht voran. Die anderen sind schon da vorne. Wir sind jetzt hier. Wir sind 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 hier.